Musik 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 Hallo, mein Name ist Anke Dehn. Vor mir habe ich Leon und Scheppe. Sehr gern würden wir mit Ihnen zu Ihrer traumhaften Hochzeit fahren. Mit einer unserer Kutschen, zweispännig, vierspännig, mit Schimmeln, mit Rappen, ganz wie Sie möchten. Lassen Sie uns gemeinsam losfahren und wir werden Ihnen einen wunderschönen Tag bereiten und Ihre Hochzeit zu einer Traubenhochzeit hergenlachen. Bis später. Ich hoffe, wir dürfen Sie fahren. Tschüss. Musik Die schwerste Frage, die Sie entscheiden müssen, ist, welcher Kutsche möchten Sie fahren. Möchten Sie ganz klassisch und traumhaft mit einer unserer weißen Kutsche fahren oder möchten Sie mal ganz exklusiv in einer unserer dunklen Kutschen fahren. Am besten Sie kommen dazu zu uns auf den Hof, den Reiterhof nach Teicher und schauen sich die verschiedenen Kutschen an. Wir beraten Sie sehr gern. Musik 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 Egal welches Brautkleid und welchen Brautstrauß Sie haben, wir passen uns mit unserer Dekoration und unseren Kutschen an. Sollten es die roten Rosen, der rote Brautstrauß und gegebenenfalls das rote Innenleder eine Kutsche sein, überhaupt kein Problem, haben wir auf unserem Hof, dem Reiterhof nach Teicher, vorrätig. Sollten Sie sich für Lila entscheiden, auch das ist für uns überhaupt kein Problem. Auch die Lila-Dekoration und selbstverständlich eine Kutsche mit Lila, eine weiße Kutsche mit Lila Innenleder können Sie von uns haben. Sollte auch das nicht Ihren Wünschen gerecht werden, können wir auch sehr gerne mit Aprikot weiter Vorlieb nehmen. Oder ein zartes Rosé mit dem Creme Weiß ist auch vorhanden. Wir freuen uns Ihnen vor Ort alles zeigen zu können. Musik 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 Nachdem ein Beifahrer Ihnen die Tür geöffnet hat, können Sie stilvoll und bequem in unserer Kutsche Platz nehmen und mit Ihrer großen Liebe auf Ihr gemeinsames Glück anstoßen. Wir würden uns sehr freuen, Sie dabei begleiten und fahren zu dürfen. Ihr Reiterhof Teicher, Anke Dehn Sollte der Wettergott uns nicht gnädig sein, kein Problem. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Ihre Anke Dehn, Reiterhof und Teicher usgift dich für meine Name이야 und dir. Musik 역 collect steps Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, mein Name ist Anke Dehn vom Reitdorfenteicher. Ich freue mich, wenn ich Sie einmal bei uns auf dem Hof begrüßen kann. Wir bieten bei uns auf dem Hof eine Unterkunft für Ihre Pferde, Reitunterricht für jedermann und Kutschfahrten für Groß- und Kleinan. Sehr gerne können Sie auch einen Ihrer Geburtstage, insbesondere Kindergeburtstage, bei uns feiern. Schauen Sie doch einfach mal rein. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020